Funkgeräte, Uniformen, das C4, Tauchausrüstung, Klettergurte, Seile und ein Safe-Knacker-Roboter. Dann geht's los, ja? Ganz genau. Ab nach Miami. Halt! Wir müssen die Bude richtig aufräumen. Wir dürfen nichts Belastendes zurücklassen. Okay. Dann räume ich mal an der Tür auf. Was zum Teufel ist das denn? Schatz! Schattest du, du könntest dich von mir verstecken? Ich hab dir alles beigebracht! Alles cool bei dir, Nick. Verdammt, knall das Schwein ab! Oh, da hat er. So ein Pech aber auch. Oh, schiss, Nick. Nick! Das ist aber nicht gut nach der... Äh... Ja, sorry. Das ist Dors. Geh doch ran und sag Hallo. Und zack auf die Mailbox. Was machst du da? Tja, Dors will bestimmt ein Update. Jetzt kriegt er eins. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Wassertank war ein Klacks, aber der Ablauf, das war schwierig. Hier gibt es mehr Rohre als in der Kirchenorgel. Hey Tyson, bleib von den Kameras weg. Locker bleiben. Alles, was Sie sehen, ist ein Fensterputzer. Mach das Saal klar. Wir legen los. Ab sofort minimaler Funkkontakt. Ja. Haben wir ihn mit Team treffen? Tja, der... ...hätte sich Dorst nicht aussuchen können. Sei froh, dass er da drin ist. Sonst wird's nicht klappen. Moment. Haben hier alle Wolkenkratzer einen Wassertank auf dem Dach? Es wurde so gebaut, wenn es hier eine Hurricane-Zone ist. Oh Mann. Mit seinen biometrischen Aufzügen und dem kugelsicheren Glas fühlt sich Dorst bestimmt total unantastbar. Wird sich gleich aufstellen, hm? Los jetzt. Tyson wirft gleich das Seil ab. Äh, ich dachte, der... ...der andere, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der eben getötet wurde, hätte einen größeren Abgang. Statt einfach nur so. Machst du ein Scheißfeuer weg. Oh, ich bin voll schnell hier beim Rennen. Hm, ach so. Ich soll hier rein. Moment, Sekunde. Los, wir haben's eilig, Boomer. Nur eins noch. Seid ihr euch eigentlich wirklich sicher? Ein bisschen spät, oder? Ich mein ja nur, wenn mir gleich eine Million Galonen Wasser auf die Birne knallen würde... 200.000. Oder 200.000 Galonen, dann würde ich sicherstellen, dass das auch ungefährlich ist. Ich mein ja nur... Wenn du noch einen Weg ins Penthouse kennst, her damit. Außerdem war das mit dem Tank deine Idee. In der Theorie sah das irgendwie machbarer aus. Ach, scheiße. Tyson ist wieder im Plan. Gib mir das C4. Hier. Ist auch ein Sandwich drin, oder was soll das sein? Ich kann gerne Bombe draufschreiben, wenn du magst. Los, bring bis hinter uns. Bring das Seil zum Boot. Hey Mann, ich sollte oben beim Brechner sein. Nimmst du immer tauschen? Ja, ist schon okay. Viel Spaß. Letter Versuch. Nimm das Parkhaus rechts, wenn du einen Blick in die Lobby werfen willst. Wie viele Leute brauchen... Es gibt mehrere Eingänge. Sieht so aus. Erstmal das Wachpersonal festnehmen. Aber mit dem Seil hätte er einen auch gut treffen können, oder? Wofür ist das jetzt eigentlich gut? Die sind ja, glaube ich, immer nur so für Punkte gut, ne? Wie soll ich da jetzt... Will... Komm ich da den rein, ohne mich durchzuballern? Jetzt sind auch wieder zwei. Wo ist denn hier... Kai, kommst du? Was hat er da jetzt für Mist gelesen? Mist. Spitz. Na, hier ist er. Okay, wir haben ihn. Der Spinner. Bedeh' ihn. Und sie wird natürlich nicht gesehen. Tja, gut, das ist jetzt glaube ich gar nicht so eine gute Position, die ich hier habe. Aber schade, ich dachte, er wäre ein Stück näher. Scheiße. Ja, die müssen jetzt echt. Was die hier so hin und her rennt. Wo ist denn hier jetzt was zum Scannen, verdammt ich? Da! Hier Müll. Wo ist der? Hm. Ah, den will ich mir eigentlich noch holen. Aber es könnte etwas blöd, etwas schwierig werden. Mit all den anderen da. Wo ist der denn hin? Keine Bewegung! Gut. Ich würde trotzdem gerne noch wissen, was ich hier denn scannen kann. Die müssten ja jetzt eigentlich wissen, dass wir da sind. Verdammt. Können wir jetzt eventuell von der anderen Seite rein? Ach ne, schade. Wo kommen denn die alle her? Ja, ich dachte, ich spreche mal leer langsam. Ja, das wird er bestimmt hören, wenn ich hier durchgehe. Halt! Die Hände hoch! Hm. Verdammt. Das fragt mich. Spitz. Ich erinnere mich ein bisschen an einen der ersten Folgen. Wo wir auch in so einem Haus sind. Und hier die Leute verhaften müssen. Oder wollten. So, es sind gar nicht mehr so viele. Eigentlich nur noch die zwei, glaube ich. Wenn er hier mal das irgendwie auf der Reihe kriegt. Äh. Halt! 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 Hey! Hey! Ich werde verhaftet. Cool. Nur noch der Trottel hier. Ich weiß nicht, was der eigentlich treibt. Okay, ganz ruhig! Hey! Easy, Mann! Es geht um. Ein bisschen. Gut! Dann haben wir ja jetzt hier so mal so ein bisschen unsere Ruhe. Da, hier muss irgendwo irgendwas sein. Hier sagt er mir, noch ein Meter. Boah. Ähm, Dorfs Erinnerungen. Jede Menge Exemplare. Entweder hat er sein eigenes Buch gekauft oder es war ein Ladenhüter. Vermutlich beides. Nicht schlecht. Und eine Viertelmillion davon setzt er auf uns als Kopfgeld an. Ein Personalplanungsdiagramm von Preferred Outcomes. Dorf war dabei, die Sicherheit zu erhöhen. Vielleicht hat er sich auf uns vorbereitet. Joa, hat ja nicht viel genützt. Ach so, gut. Jetzt ist ja niemand mehr. Doch, da oben habe ich noch einen gesehen. Deswegen ist das wahrscheinlich auch immer noch gelb hier bei uns. Jetzt muss ich den Code finden. Okay. Okay. Den Code kann ich doch knacken. Bestimmt. Gibt auch sicher nicht so viele Möglichkeiten. Genau. Bist der Hacker. Leute, ich bin auf der 19. Die Bachleute feiern hier eine Party. Okay, dann fahren wir in die 20. Angriff von oben. Fein. Sag mal, was hast du als Kind früher am 4. Juli gemacht? Naja, Potthogs gegessen, Feuerwerk und so. Und du? Tyson, wir sind auf 20. Willkommen bei Preferred Outcomes. Ich bin von einem Eckbüro, das mal renoviert wird. Wir sind unterwegs. Mann, der ist aber schnell. So, ergänzt euch! Einkommensübersicht. Was haben wir hier? Beweismaterial, das darauf hindeutet, dass Preferred Outcomes enorme Gewinne gemacht hat. Das Imperium wird landesweit immer mächtiger. Aber mich beunruhigt vor allem, dass wirklich jeder davon begeistert ist. Preferred Outcomes macht mehr Geld, als du es hier ausgeben kannst. Ich hätte um ein Haar mal Aktien gekauft. Naja. Hättest du vielleicht jede Menge Geld gemacht? Wo muss ich denn jetzt hin? Gibt es denn hier noch mehr Beweise? Tatsächlich. Tatsächlich. Tja, nach Bitter. Tornse will, dass die Grenze zwischen Kopf und privaten Sicherheitseinheiten endgültig verschwindet. Und solche Politiker heißen ihn dabei auch noch mit offenen Armen willkommen. Transkript, lieber Julian. Das Ganze ist zwar noch nicht spruchreif, aber ich freue mich über alle Maßnahmen, die in Chicago begrüßen. Ach so, ich freue mich über alle Maßnahmen, dich in Chicago begrüßen zu dir. Sobald sich Preferred Outcomes und um gewisse Stadtviertel kümmert, wird sich die Sicherheitslage in unserer Stadt erheblich verbessern. Ich kann dir gar nicht genug dafür tanken, dass du das möglich gemacht hast. Dein Freund, Adam Kendall. Haben sie das nicht erzählt am Anfang? Oder wo er dann rekrutiert praktisch wieder wurde? Oh. Keine Falken. Ah, da ist noch ein Alarm. Ah, verdammt, die sind ein bisschen sehr nah. Halt! Keine Bewegung! Wie mache ich den denn aus? Genau, da hinten. Hallo? So. Der ist jetzt hier ganz alleine. Das Blöde ist nur, wenn ich den jetzt hier wegmache, dann sehen das die anderen. Wahrscheinlich relativ schnell. Ziemlich hier zu Silvester, oder was ist hier los? Schön hier hin. Halt! Halt ihn rein! Quatsch nicht. Oh, da sitzt jemand. Ah, da drüben. Komm, und so sagen. Weißt du, der ist ja nicht tot. Der ist nur verhaftet. Der schläft ganz friedlich. Von der Seite ist keine gute Idee. Das ist halt echt die Frage, wie wir an den Rest rankommen. Die das ja noch mitkriegen. So, ganz ruhig! Ich habe einen Verlust. Warum Dorst wohl alles im Wochenenddienst verdonnert hat? Dorst weiß halt immer irgendwas, was ich nicht weiß. Da bist du nicht der Einzige. Oh, verdammt. Da lebt der noch. Oh, verdammt. Da ist ein Sack, der wäre im Eckbüro, oder? Ich dachte, ich habe den hier. So eine Scheiße. Ich wollte den, ich wollte den doch tasern. Was haben wir denn hier auf Versetzungsbescheid? Dorst schickte seine Handlanger los, damit sie das Chicago DP ausbilden. Ich habe so das Gefühl, dass das kein gutes Ende nehmen wird. Für niemanden. Transkript. Blablabla. Ab dem 10. Juli wird SGT Gannon das CTPD irgendwas berichten. Sie werden gemeinsam beginnen, CTPD-Streifenbeamten auszubilden. Ausbildungsinhalte werden dem problembasierten Lernprogramm entsprechen, für das Sgt Gannon Alpha zertifiziert ist. Die Versetzung nach Chicago. Okay. Ich dachte, da kommt noch mehr. Oh, da fehlt ja noch einiges. Also, einiges. Zwei Stück. Ach man, das ärgert mich. Okay, wahrscheinlich oben. Wahrscheinlich oben. Äh. Äh. Hm. Vielleicht auch nicht hier. Das check ich schon wieder nicht. Aber vielleicht auch eine Etage tiefer. Kein Plan. Schade, schade. So gut reingeschlichen. Jetzt schlecht noch ausknocken sollen. Doch. Schade, schade. Schade, schade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017